so leute willkommen zu einer neuen folge von slitherio so des klaviert bin ich okay das war nicht mal ein richtiges wort ich bin noch anfänger in dem spiel aber dafür schon ganz gut oh mein gott okay so warum nimmt das denn hier niemand aber ist auch besser so für mich sag der platz bin ich 35 mit mit zwei will man 35 also wenn sie besser laufen kann dann weiß ich auch nicht aber hier sind nur die kleinen die kleinen bringst du auch die kleinen bringst du mein gott oh mein gott ich dachte ich sterbe und touch me doch doch jawohl ich denke er wollte gerade selbstmord begangen so so leute meine stimme ist im eimer der ist mir zu klein hier vielleicht deutschland wissen wo sind denn die großen frage ich mich bin 13 er wurde erste wenn dann wird seine einblendung sein aber ich denke eher weniger es ist zwar offline aber ich versuche da noch mal platz eins zu werden das habe ich erscheine das spiel jetzt spiele ich online egal ich weiß drauf eine runde um mein ich wollte gerade die punkte fahren okay es war knapp merkt schon auf auf handy online back ziemlich so ein werbung wieviel 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 zwei minuten so 1 2 3 1 spiel offline aber ich bei offline habe ich nur ein einziges mal erster geschafft vielleicht schaffen wir das heute noch mal oder mein ziel sind die rangeliste zu kommen denn das wollen war nicht so nicht so geil wo wieder bei platz 13 gestorben sind warum sterben und jahle okay darunter zähle ich weil ich bei sowas werde ich gierig wenn da jetzt saft liegt nämlich ich will einfach größer aber was ist denn das ist doppelt so laut keine ahnung auf der aufnahme so und ja ich habe gestern ein video gesehen von einer und das war übertrieben laut ich bin übrigens auch gerade playstation also ich mache noch die aufnahmen fertig für euch so jetzt batz ja und das war der fertige werden das meine ich wenn man wenn man quasi schnell wenn man halt schnell ist da kriegt man keinen saft ab denke ich oder er halte klein aber ich meine die groß ich bin also ein gestorbenes killer bomb